Albrecht Achies von Brandenburg war als Albrecht I., Markgraf von Ansbach und Kulmbach sowie später als Albrecht III., der dritte Kurfürst von Brandenburg aus dem Haus Hohensollern. Leben Albrecht Achies war der dritte Sohn Friedrichsie. Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1440 erbte er zunächst das Fürstentum Ansbach. Pläne, die er für ein Herzogtum Franken hegte, ließen sich vor allem wegen des Nürnberger Widerstandes nicht durchsetzen. Im Jahre 1464 erbte Albrecht Achies nach dem Tode seines Bruders Johannes Alchemisten das Fürstentum Kulmbach. Als sein älterer Bruder Friedrich II., 1470 als Kurfürst von Brandenburg abdankte, fiel auch diese Würde und damit der gesamte Besitz des Hauses Hohensollern an Albrecht. Albrecht Achies zählt zu den bedeutenden Fürsten seiner Zeit, den Beinamen Achies verlieh ihm der nachmalige Papst Pius II. Er bewegte sich in der Politik sowohl als Kriegsführer als auch als Diplomat. Nachdem er die Herrschaft in Brandenburg übernommen hatte, gelang es ihm, den jahrelangen Krieg mit Pommern 1472 siegreich zu beenden. Mit dem Würzburger Bischof Rudolf II. von Scherenberg und dem Bamberger Bischof Philipp von Henneberg kam es zu einem Kräftemessen zwischen weltlicher und geistlicher Macht. Nachdem er die Abgabe der Türkensteuer versagt und selbst mit der Erhebung einer Pfaffensteuer gekontert hatte, wurde gegen ihn der Kirchenbahn und das Interdikt ausgesprochen. Albrecht Achies war zweimal verheiratet. 1445 vermählte er sich mit Margarete von Baden, die Ehe war allerdings nicht glücklich. Margarete verstarb bereits 1457. Aus der Ehe gingen drei Söhne und drei Töchter hervor. Nach der Verlobung seiner Tochter Margareta mit dem Pfalzgrafen Kaspar von zwei Brücken erkrankte sie schwer und entging nur knapp dem Tode. Nach ihrer Genesung ging Margareta mit dem Einverständnis des Vaters ins Klosterhof. Im November 1458 heiratete Albrecht Anna von Sachsen eine Tochter Friedrichs II. des Sanftmütigen, die ihm fünf Söhne und acht Töchter gebar. Insgesamt stammen aus Albrechts beiden Ehen 19 Kinder. 1460 machte er Ansbach zu seiner Residenz. 1469 übernahm er Triesdorf von den Seckendorfern auf Mannlin. Triesdorf wurde später Jagdsitz der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. Albrecht III. Achies von Brandenburg werbriefte 1473 in der Disposizio Acheli, dem Hausgesetz der Hohen Sollern, die Unteilbarkeit der Kurmarkt Brandenburg. Diese fiel nun jeweils dem ältesten Sohn des verstorbenen Kurfürsten zu. Noch im gleichen Jahr übergab er die Regierungsgeschäfte in Brandenburg an Johann Cicero, seinen ältesten Sohn aus erster Ehe. 1481 gründete Albrecht Achies, der in allen Turnierbüchern des 15. Jahrhunderts als der tapferste, gewandteste, stärkste und als der einzige niemals überwundene Ritter glänzt. Am Jakob stark mit der Blüte der Ritterschaft seines Fürstentums die Turniergesellschaft im Beeren. Damit schloss er die tapfersten fränkischen Edelleute, die ihm als dem Ideal eines fürstlichen Ritters huldigten und ihm in wankeloser Treue ergeben waren, zu einem Verband zusammen und sicherte sich den Dank des Adels. 1486 nahm Albrecht Achies trotz schwerer Krankheit am Reichstag zu Frankfurt am Main teil, auf dem Maximilian I. zum König gewählt werden sollte. Unter den Belastungen des Reichstags verschied Albrecht Achies dort am 11. März 1486. Am 19. Juni 1486 wurde er in der Klosterkirche zu Heilsbronn beigesetzt. Nachkommen Erste Ehe Albrecht Achies heiratete 1445 Margarete von Baden, Tochter des Markgrafen Jakopi von Baden. Ursula, Lemniskarte 1467 Herzog Heinrich I. von Münsterberg Elisabeth. Lemniskarte 1467 Herzog Eberhard II. von Württemberg Margarete Ebtissen von Klosterhof 1476. Johann Cicero, Kurfürst von Brandenburg, Lemniskarte 1476, Prinzessin Margarete von Sachsen, Zweite Ehe. Albrecht Achies heiratete 1458 Anna von Sachsen, Tochter von Friedrich II., Kurfürst von Sachsen. Friedrich V. Markgraf von Brandenburg Ansbach, Markgraf von Brandenburg Bayreuth, Lemniskarte 1479, Prinzessin Sophie von Polen Amalie, Lemniskarte 1478, Pfalzgraf Kaspar von Zweibrücken Anna, Barbara. Lemniskarte erste 1472 Herzog Heinrich I. von Glogau und Crossen, Lemniskarte zweite 1476, König Wladyslaw II. von Böhm, Albrecht, Sibylle, Lemniskarte 1481, Herzog Wilhelm von Jülichberg, Sigmund, Markgraf von Brandenburg-Kulmbach. Albrecht, Dorothea Ebtissen in Bamberg, Georg, Elisabeth, Lemniskarte 1491, Graf Hermann VIII. von Henneberg-Aschach, Markgallen, Anastasia, Lemniskarte 1500, Graf Wilhelm VI. von Henneberg-Schleusingen-Vorfahren, Standbild in der Siegesallee. In der von der Berliner Bevölkerung als Puppenallee belächelten Siegesallee errichtete der Bildhauer Otto Lessing für die Denkmalgruppe 17 eine Statue von Albrecht Achilles als zentrales Standbild. Als Nebenfiguren waren dem Denkmalbüsten von Werner von der Schulenburg und von Ludwig von EYB dem älteren Erbkämmerer und Chronist aus der Familie EYB zugeordnet. Die Denkmalgruppe wurde am 28. August 1900 enthüllt. Lessing orientierte sich in seiner Darstellung weitgehend am Stifterbild Albrechts vom Schwanenordensalter in der Gompertskirche von Ansbach. Albrechts Ritterschaft im Schwanenorden unterstrich Lessing zudem mit einer Ordenskette, die Albrecht um den Hals trägt. Titel 1476 trug er folgenden Titel W.Y. Albrecht von Gotts Gnaden Mark Greif zu Brandenburg des Heiligen Romy Schenrikes Erz Kemmerer To Stettin Pumann der Kasuben und Wendenherzoge Burg Greif zu Nuremberg und Furste Torugen. Titel 147